Wie schalte ich eigentlich das Benutzer Interface aus? Das will ich dir in diesem Guide zeigen, Leute. Und somit herzlich zu einem neuen Quick-Tipp von mir. Und zwar gibt es das Interface, also wie ihr das Interface ausschalten könnt. Ist eigentlich ganz leicht und zwar drückt ihr STRG, Umschalt und H und dann ist das Interface auch schon ausgeblendet, Leute. Das ist eigentlich alles, also STRG, Umschalten und H und dann ist es auch wieder da. So könnt ihr einfach schöne Aufnahmen machen oder halt einfach mal die Landschaft ein bisschen genießen. Genau, Leute. Das war es zu diesem kleinen, ganz kurzen Quick-Tipp. Falls euch meine Quick-Tipp-Reihe gefallen hat, verlinke ich euch mal die weiteren Videos von der Quick-Tipp-Videoreihe unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag zu einem neuen Video von mir. Bis dahin, Leute. Und tschüss.